Und heute kriegst du Rasterzöpfe, die kannst du dann zusammenbinden. Eventuell kannst du die auch so Dreadlocks auswachsen lassen. Überraschen wir uns einfach. Genau, lassen wir uns überraschen. Genau. So sieht der Deko aus. Gefällt es dir auch? Das gefällt mir sehr gut. Sehr gut gemacht. Schön, dass du da warst und viel Spaß mit deinem neuen Frisur. Bis zum nächsten Mal, Djego. Bis zum nächsten Mal.